Kompetenz gewinnt. Mit diesen Worten lädt Immobilienscout24 zum größten Branchentreff des Marktführers ein. Das Motto knüpft nahtlos an den Erfolg des Vorjahres an. Wissen, was wirklich zählt, lockte an die 4000 Makler und Immobilienexperten zu den Foren, die in Deutschlands wichtigsten Ballungsräumen stattfanden. Ich kenne viele Messen, gerade im Bereich der Immobilien. Nächste Woche ist ja Expo Real in München. Also da ist das für eine lokale Messe bzw. für einen einzigen Veranstalter schon beeindruckt, dass hier passiert. Eine Veranstaltung, die sich lohnte. Die Gäste informierten sich bei den Vorträgen über die neuesten Trends und Entwicklungen und sie profitierten von den Tipps der Experten. Wenn es uns also gelingt, die A-Zeiten hochzukriegen, also mehr Zeit wirklich am Kunden zu sein, dann verdienen sie automatisch mehr Geld. Sie können es gar nicht verhindern. 50 Prozent meiner Immobilien über meine Schilder verkaufen. Du musst sie nur durchsetzen können. Zu den zentralen Fragen gehört auch dieses Jahr wieder der Blick in die Zukunft und die aktuellen Entwicklungen am Markt. Dafür wurde ein komplett neues Programm rund um die Kompetenzfelder Akquise, Vermarktung, Marktübersicht und Zukunftstrends aufgelegt. Es ist immer das Gleiche, wenn jetzt jemand davon erzählt, Objekte zu akquirieren, dann denkt man ja oft, man hat sie da schon satt gehört, aber es gibt immer wieder neue Ideen, die eingebracht werden und dementsprechend auch sehr interessant. Aber es sind doch immer mal so kleine Anschubser, die dann notwendig sind, um dann sein tägliches Geschäft wieder in die richtige Bahn zu bringen. Zahlreiche Workshops und Praxis-Know-Hows werden den Immobilienprofis helfen, ihre Vermarktungsstrategien zu optimieren und bei renommierten Experten und Kollegen hochwertigen Austausch zu finden. Denn klar ist schon jetzt, Kompetenz gewinnt.